An den Schulen sind in den kommenden beiden Wochen keine Schulveranstaltungen, etwa wie Exkursionen oder Wandertage erlaubt. Außerdem dürfen keine externen, wie etwa Vereine, an die Schulen kommen. Das geht aus einer Info des Bildungsministeriums an die Schulen hervor. Neben einer durchgehenden FFPZ-Maskenpflicht für die Oberstufe und Polis gilt nun noch eine FFPZ-Pflicht für Volks- und Unterstufenschüler, mit Ausnahme des eigenen Sitzplatzes. Bisher waren für die jüngeren Kinder auch ein Mund-Nasen-Schutz ausreichend. Außerdem dürfen diese auch in der eigenen Klasse abgenommen werden. Weitere Änderungen sind, Elternsprechtage und Konferenzen müssen digital stattfinden oder verschoben werden. Außerdem müssen nicht mehr nur mehr ungeimpfte Schülerinnen und Schüler dreimal wöchentlich einen Corona-Test absolvieren. Auch für die Geimpften gilt wieder eine Testpflicht. Ausgenommen sind wie bisher nur die genesenen Kinder und Jugendliche, da bei ihnen auch ohne neue Infektion die Tests noch anschlagen können. Diese Regeln gelten ab Dienstag bis zum 27. November. Am 29. November sollen nach dem derzeitigen Plan die Schulen wieder in den bisherigen Betrieb zurückkehren. Dann müssen nur noch mehr die ungeimpften Schüler testen. Außerdem gelten die Regeln anhand der jeweiligen, für das Bundesland festgelegten Risikostufen. Allerdings werden mit diesem Zeitpunkt die PCR-Tests ausgeweitet. Dann müssen die ungeimpften Schüler und Schülerinnen, wie jetzt schon in Wien, nicht nur einen, sondern zwei PCR-Tests pro Woche absolvieren. Gleiches gilt für die Lehrer. Ungeimpfte Pädagogen müssen dann zwei PCR-Tests pro Woche machen. Für Geimpfte wird das Angebot dazu geschaffen. Anders als bisher dürfen die Lehrer auch an den Schulen testen.